so und damit heiße ich herzlich willkommen zurück zu let's play medal of honor warfighter ja im letzten part sind wir hier in der mission gezeiten wechsel stehen geblieben in irgend so einer komischen stadt die schon halber überflutet ist und irgendwie habe ich gerade keinen games hat ja jetzt ist er wieder da hat er gesagt oder spiel ist ganz schön laut auf meinem ohr bisschen leide ups bisschen leide dann folgen wir Marama in unserem komischen Gesönsens-Dings ne da ist doch nix ne 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 boah wie gibt's das Dings da ach nö jetzt ist ne Wespe in meinem Zimmer so toll Momentchen mal so da bin ich wieder ich hab's geschafft die scheiß Wespe aus meinem Zimmer zu vertreiben ich hab keine Ahnung wie die durch reingekommen ist weil ich ein Fliegenkiller von meinem Fettstab und so aber okay die wird man auf jeden Fall vertreiben der lebt ne mehr naja Waffe wechseln scheint auch scheint ein Schallier zu haben so wie die Waffe klingt ich weiß noch wie nervig die Mission damals war also der hat halt Alter Wes 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 das war ein Ausflug Anflug von Behinderung wo wo klein ne mehr mehr win ne qué da komm die ist doch nie die Da oben war einer, hab ich noch gesehen, die haben wir aber Gamer vor Den hab ich in den Kopf zerrotzt Das ist der Gammler Yaroner Der hässliche Spasser, meine Lücke Ja, jetzt kann ich runter Vorher konnte ich ja nicht in Deckung gehen Nichts eh halten Ja, da sieht man wieder schön meine Maus Egal, schnell aus dem Weg geräumt Das zeigt mir andauernd irgendwas mit E an Und ich will das halt nicht So Hab ich dir nicht schon angeschossen, den Eierkopf Aua Weil der Holzkopf hat auf mich geschossen Mit einer RPG Wo denn? Wo denn? Ich seh' nicht, ich seh' nicht Das ist kratz unfair Ey, yo Hä? Hä? Du dreckiger Horn Von wo hat er jetzt bitteschön geschossen? Das würd ich jetzt gern wissen Ist mir egal Er hat schneller, ich will jetzt Hier weiter kommen und so Muss ich nämlich wahrscheinlich wieder am selben Punkt starten Pippen am Haus Ja Ja Ich 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 mag das irgendwie nicht hier anzufahren Hat man sich schon soweit vorgearbeitet Dann kommt so ein scheiß Raketenwerfer Der Fuzzi und zerfetzt ein Der Fuzzi und zerfetzt ein Naja, schießt mit ner Schoddi Aber noch nicht gehört, dass das arm ist Wann ist 20 Meter? Kann das so schlecht abschätzen Ja, ich auch Treff auch ab und zu mal ein Ziel Stell dir vor Hier kommen gleich alle hier rum Deswegen konnte ich eigentlich schon warten Stimmt, hier ist Wasser, hier kann er sich ja nicht hinlegen Ich soll nochmal einmal seinen Rotzkopo stecken So, jetzt ist es kein RPG mehr What the fuck? Soundlag? Was ist hier los? Krieg ich mal nie? Okay Okay Freit ein Soundlag zu sein Scheiße, Mann Man Oh Gott, Oberdeck füllt! Und vorwärts. Oh Gott, Oberdeck füllt! Hast du das gesehen? Ich hab noch was. Auch hier kann er sich hinlegen. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist er Geschichte. Er schmeißt mal da ne Granate in mein Freund. So. Ich finde mal eins. Gib mir Munition. Einfach mal leer schießen. So. Wir nehmen die Treppe und gehen durch das Gebäude. Wir sind fast ab. Ich übe. Nicht rein. Geh mal durch. Dreh mal die Tür hin. Dann passt das. ja das war jetzt echt scheiße scheiße gelaufen mein Freund na scheiße knapp versuch das war schon nicht geplatzt jetzt wissen sie dass wir hier sind keine Ahnung was mit dem Geil denn es ist die am besten war das Kapiton an roger wir haben gerade drei Minuten da ist kein Fallen gut ausgebildet und kennt sich hier aus also aufpassen wir klar ist das neue von der Rater der PC-Team hat erst nicht in der Gegend und überfuglich erreichbar dann macht er wenigstens keinen Hörger mal sehen sieht aus als würde er im Hintergrund die Fäden ziehen Warte Guru, werden uns sobald er bin hier erreicht Warte wenigstens kein Scheiß, genau schon ganz schön heftig hier der Sturm bleib an der Tür ich bin an der Tür wow was war denn das jetzt dem Schild ok wie denn wir sehen jetzt den Sammelpunkt der Geiseln zweites Deck Süßleiter des Kapitols verstanden was siehst du ein halbes dutzend Geiseln genau und Frauen wachen warte wer ist das ich sehe ihn nicht richtig oh scheiße Kalifa wir haben hier ein hochrangiges Ziel das ist Marwan Al-Khalifa unser Mann ist in Position warten Sie ab was siehst du was siehst du was siehst du was siehst du weißt du aber du wirst du mit dem der auf was siehst du wie war war der auf die 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 General unbekannte Person ist nicht identifiziert. Warten Sie, Mother! Tiger 12, haben Sie das Ziel? Ja, hey. So you are. Scheiße, er ist weg. Mother, Rot, Rot, muss Ziel neu erfassen. Roto, bleib an Kalifa dran. Wart auf der Flucht. Da ist ein Muslim, kann ich nicht. Rot, Tiger 12, schießen Sie! Scheiße, die werden in der Böse machen. Dann auf der Flucht. General, er bitte identifizieren. Has sie a bone? Kallifa getroffen, Kalifa abrufen! Voodoo! Legazin, ich weiß nicht. Tiger 12 hat geschossen. Tiger 12, ist das Ziel tot? Keine Ahnung. Voodoo, Lagebericht. Keine Spruch von Geiseln oder HFN. Preacher, wir gehen rein. Voodoo, du gehst zu den Schlauchbooten, die werden gebraucht. Boah, jetzt geht's los, werde ich mal sauchen wieder. Oder auch nicht. Die Zuganschläge. Was ihr lern? Sie hängen zusammen. P.E.T.N. Er war da. Wer? Khalifa. Hat vor meinen Augen den Mörderer gespielt. Hat 35 Leute mit in den Tod genommen. Und es gab Angriff auf anderen Bahnhöfen. Der Funk ist voll davon. Ich komme nicht zurück. Ich bin raus. Zwölf der 35 waren Kinder. Wir haben eine Person in Baselan identifiziert. Zandaldi. Alias Ibrah mal Nasti. Es wird noch schlimmer werden. Tom? Ist alles okay? Ja. Sonst geht's gut. Was wird schlimmer werden? Es betrifft uns nicht. Du musst damit aufhören. Was immer da vor sich geht. Es betrifft dich und uns. Du musst mich einbeziehen. Ein klein wenig. Und weil du irgendwie löst. Es wird noch die Situation aus. Und wir brauchen weiß es. Ich bin dann hier einbauen. Wir sind in der Nähe um sich. Bitte, reilen wir uns. Wir müssen für den Geiseln. Da haben wir Mama. So treibt es hier los. Der Rora schließt noch mehr Klumpel rein. Scheiße. Das werden wir dafür besorgen. Okay. Los, Kupfer, wir brauchen dich. Falsches Ziel. Heute, sind Faker, oder? Positive, sind unser Weg zum Kapitol. Vielleicht sind wir vom Kapitol weg. Wenn ich einen sehe, mache ich mit. Ich sollte nicht so viel reinrennen, ich Idiot. Da waren wir auch noch. Da oben. Da oben. Wir brauchen Heli. Ja, wo geht es weiter? die sind hin und weg jetzt nicht mehr das ist wie das Bord naja das Bord ist das Wort das machen ich muss mir Muni geiern ich muss mir Muni geiern Stimmt die sagten ja was von wegen genau die sagten was von wegen scheiße da richtig sicher ja wer nicht ich brauche nochmal Muni gibt es nur noch was danke das ist einfach sehr nett Tiger 12 soll das ein Witz sein ich trug was niebefohlen das hätte dieser Erende General wissen müssen hoi ich starte zornem a cool rando ho 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 Ja, jetzt wird wieder alles in Dürfke, ja. Noch ein Headshot, krass, und geil, mein Spielschatz ab, es passt doch, naja gut, dann mache ich halt hier einen Cut und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, bis dahin, ciao.